Wir begrüßen Sie im RE-11 nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Nächster Halt, Kamen. Nächster Halt, Kamen. Planmäßige Ankunftszeit, 8.05 Uhr, heute, 8.19 Uhr. Ausstieg rechts. Nächster Halt, Kamen-Mädler. Planmäßige Ankunftszeit, 8.08 Uhr, heute, 8.21 Uhr. Ausstieg rechts. Nächster Halt, Dortmund Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunftszeit, 8.19 Uhr, heute, 8.29 Uhr. Ausstieg links. Wir begrüßen Sie im RE-11 nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Nächster Halt, Bochum Hauptbahnhof. Nächster Halt, Bochum Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunftszeit, 8.31 Uhr, heute, 8.39 Uhr. Ausstieg links. Nächster Halt, Wattenscheid. Planmäßige Ankunftszeit, 8.37 Uhr, heute, 8.44 Uhr. Wir begrüßen Sie im RE-11 nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Nächster Halt, Mülheim Hauptbahnhof. Nächster Halt, Mülheim Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunftszeit, 8.54 Uhr, heute, 8.58 Uhr. Ausstieg links. Nächster Halt, Duisburg Hauptbahnhof. Nächster Halt, Duisburg Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunftszeit, 9.01 Uhr. Wir begrüßen Sie im RE-11 nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Nächster Halt, Düsseldorf-Lughafen. Nächster Halt, Düsseldorf-Lughafen. Planmäßige Ankunftszeit, 9.15 Uhr. Wir begrüßen Sie im RE-11 nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Nächster Halt, Düsseldorf Hauptbahnhof. Nächster Halt, Düsseldorf Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunftszeit, 9.24 Uhr. Endstation. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen und verabschieden uns von ihnen.